Hey, wake up! Die Flowsing.de TeamSpeak 3 Community ist für dich der Ort, um dich mit deinen Freunden zu treffen, gemeinsam zu scohern, oder um sich mit anderen Newsern einfach spontan zu unterhalten. Wie ihr mitmachen könnt? Ganz einfach. Besorgt euch den kostenlosen TeamSpeak 3 Client und verbindet euch auf die IP Flowsing.de. Schon könnt ihr euch der Community anschließen. Flowsing.de Stay Connected.